Heute, denn Thomas, sag nochmal kurz, der Film, in dem du zu sehen sein wirst, was ist das? Wir haben jetzt am 3.8., das ist der Donnerstag, eine kleine, ja eine Trailer-Premiere von dem Film Wojcik. Wojcik ist ein Film von Alexander Toschinski, Wojcik ist dieser klassische Stoff von Georg Büchner, der auch schon mit Horst Kinski verfilmt wurde. Ja, da wird im Filmtalk Nordrhein-Westfalen, wo ich also zu Gast sein werde und interviewt werde, wird dieser Trailer gezeigt. Ist ein ganz außergewöhnliches Stück Arbeit, ist Literaturverfilmer, muss man wirklich sagen. Bin sehr, sehr stolz drauf, auch auf den Schauspieler, auf alle Kollegen, die da mitgearbeitet haben. Und da wird man die ersten Ausschnitte sehen dürfen, in Schwarz-Weiß gedreht. Toll, schön, das klingt sehr interessant, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Sehr künstlerisch und wunderbar, man kann es nur empfehlen, also nichts verpassen, wer es nicht verpassen will und immer wieder darauf hingewiesen werden möchte. Auf Facebook gibt es mich auch als Menschen, Thomas Andreas Gorsch heiße ich da, damit mich nicht gleich jeder findet. Bei mir bist du der Andi. Ja, aber Thomas Gorsch reicht, aber Thomas Andreas heißt dann die Frote. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer.